Ich bin halt ein Mensch. Ich habe Werte. Ich habe tief verwurzelte Werte, Respekt und Ehre. Und ich verteidige diese. Und ich habe Ehre. Dankeschön, Hanna, für die Barren. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde, jeder soll das glauben, was er will. Ob er schwul ist, lesbisch, hetero, ob er bisexuell ist, ob er transvestit ist, ob er... Hater? ... ist, ob er... ... schon den Finger im Po kaputt hat. Sind Sie Herr Winkler? Äh, nein. Siehste, ich habe dir doch gesagt, dass der zu dick ist. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon ein paar hunderttausend Mal gesagt. Ich esse gar nicht so viel. Bei mir liegt es eher daran, dass ich mich einfach zu wenig bewege. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Vielleicht ist seine Mutter eine Hure. Deine Mutter war eine Hure. Fickst du mir will, Alter. Ich fritz dir so einer aufs Maul, dass du es in zehn Jahren noch spürst, Alter. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, scheiß Hater, Alter. Schwöre ich euch. Was habe ich gesagt? Ohne Scheiß, Mann. Es ist mein... Du Hurensohn, du wirst sterben. Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Du kannst dich gerne bei mir im Hof mit mir prügeln. Du Nuttensohn. Ich entschuldige mich. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Ja, ich entschuldige mich dafür. Bitte verlass uns. Ich bringe euch alle um. Ich mach ihnen das Leben zur Hölle. du weINF DDG. Ich bringe euch an. Ciao. 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 Vielen Dank.